Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode von CUT. Heute ist Sonntag, der 16. August 2020. Neben mir sitzt endlich wieder einmal die bezaubernde Donja. Hallo. Und jetzt bin der Marco, hallo. Also nicht, dass Donja nicht öfter mal neben mir sitzen würde. Ich klippe wie eine Kletter neben mir. Aber zumindest zu diesem Anlass haben wir uns tatsächlich schon seit 29. März nicht mehr zusammengefunden. Krass. Ja, also ihr wisst natürlich den Grund. Er fängt mit C an und hört mit Orona auf. Orona. My Orona, My Corona. Ja, genau. Ja, wir waren tatsächlich auch seit unserem letzten Serieneintopf und wahrscheinlich auch schon ein bisschen davor lange nicht mehr im Kino. Ja, das stimmt. Was auch der Grund ist, weswegen wir natürlich keine Filme im Kino gesehen haben, die wir hätten besprechen können. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, wir waren dann irgendwann mal ein bisschen faul, oder? Also wir hätten ja locker nochmal einen Serieneintopf machen können, weil, klar, wenn man nicht ins Kino geht, dann schaut man prinzipiell mehr Serien. Und es kam ja auch auf den Streamingportalen, also alles, was man bei Apple oder so leihen kann, kam ja dann irgendwann auch nicht mehr so viel nach, weil, klar, die Kinos dann zu hatten. Und ja, und auch die Verleiher dann sagen, okay, Corona ist ihnen jetzt zu heikel und es wurden so viele Filme halt entweder auf nächstes Jahr verschoben oder sie werden jetzt dann halt gestreamt, wie zum Beispiel Mulan jetzt dann im September bei Disney. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir hätten natürlich einen Serienpodcast machen können, aber haben wir nicht. Ja, wir haben tatsächlich uns der Passivität hingegeben und lieber geguckt als getalkt. Getalkt. Haben natürlich viele, viele Serien geguckt, hätten wir euch sicherlich zwischendurch mal berichten können. Wir hätten euch total zuspammen können. Total zuspammen, ja. Also, wir haben, wie Donner schon sagte, auch die ein oder andere Heimkino-Premiere gesehen, die tatsächlich auch alle, für alle eine Heimkino-Premiere war, weil sie eben, also am prominentesten fiel mir da die Unsichtbare ein. Ja, der war auch echt super. Das war so einer der ersten, wo es mir so richtig aufgefallen ist, dass sie gesagt haben, ja, komm, das mit dem Kino klappt nicht. Und dann haben sie irgendwie zu 15 Euro am Anfang ein. Ja, muss ich sagen, halte ich nach wie vor, also wenn man sich zu zweit einen Film ansieht, auch im Streaming-Bereich für einen angemessenen Preis, das ist bei mir so die Grenze, wenn man sich einen Familienfilm zum Beispiel anguckt mit zwei Kindern oder so, dann mag das wieder ein bisschen anders aussehen, also dann könnte es vielleicht auch 20 Euro kosten. Ja. Ja, deswegen haben wir auf die magische 10 Euro gefahren. Genau, deswegen haben wir dann gewartet, bis er auf 10 Euro reduziert war und haben ihn dann geguckt und fanden ihn auch gut, aber wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht drüber berichtet. Das ist auch irgendwie nicht dasselbe. Also bei uns ist das ja schon irgendwie so traditionell. Dieser Kinobesuch als solches hat ja schon eine Bedeutung und was dann so drumherum passiert, hört ihr ja auch immer wieder im Podcast. Meistens wie wir uns halt über andere Menschen aufregen. Und demnach ist es halt, keine Ahnung, von der Couch aufzustehen und einen Podcast, einen Film aufzunehmen. Zwei Zimmer weiterzulaufen. Für uns, also für mich fühlt sich das nicht gleich. Ja, ich glaube für mich ist es einfach, ja, also wir haben immer wieder gesagt, komm, wir machen jetzt einen und irgendwie haben wir den Arsch einfach nicht hochgekriegt. Ja, wir machen auch noch andere Hobbys und insofern, seid uns nicht böse. Wir haben ja auch Anfang des Jahres sehr viel vorproduziert, da haben wir ja eine Episode nach der anderen rausgehauen und als ob wir es irgendwie geahnt hätten, dass uns da jetzt irgendwie eine längere Pause dazwischen kommt. Aber ich meine nächstes Mal, beim nächsten Podcast, soll ich dir nicht erzählen? Nein, erzähl mal am Ende. Okay, erzähl mal am Ende. Ja, da gibt es einen kleinen Ausblick. Genau. Ja, wir sind zurück mit einer kleinen… Aus der Sommerpause. Aus der Corona-Pause mit einer kleinen Premiere. Also für uns, wir haben nämlich einen Kinofilm gesehen, haben den aber nicht im Kino gesehen, weil er noch gar nicht im Kino ist. Genau. Und zwar haben wir uns, was hast du angeguckt? The Climb. The Climb, genau, eine Independent-Produktion aus den USA, zu der du uns gleich noch ein paar Fakten erzählen willst. Ich will vorher noch kurz loswerden, dass uns hier der Verleih freundlicherweise angeschrieben und uns den Film quasi, also eine Möglichkeit gegeben hat, den Film vorab zu sehen. Und der, wie gesagt, ab 20. August, habe ich schon gesagt? Nein. Nein, nein, jetzt. Dann nicht, wie gesagt, dass der ab 20. August im Kino zu sehen sein wird. Und wir werden jetzt hier für unsere Meinung nicht bezahlt oder so. Wir haben lediglich Informationsmaterial und eben die Möglichkeit bekommen, uns den Film anzugucken, was wir gestern getan haben. Und wir werden euch heute davon erzählen, was wir davon halten. Ja, also das war an sich jetzt schon cool. Und vor allem, ich habe hier ein offizielles Presseheft in der Hand. Also das ist schon sehr fancy. Ja, also wir danken dem Verleih, der uns da bedacht hat. War eine positive Überraschung für uns. Sag doch mal den Verleihnamen. Das ist Pro Kino. Genau. Im Pro Kino Verleih. Und ja, vielen Dank. Beziehungsweise war das von der Pressebetreuung, die uns das zukommen hat lassen. Nichtsdestotrotz. Vielen Dank. Und jetzt geht es an die Fakten. Uiuiui. Uiuiui. Habe ich dich jetzt überrannt. Total. Und zwar, der Film ist aus dem Jahr 2019 und hat die Laufzeit von 97 Minuten. FSK haben wir jetzt hier nirgendwo stehen. Aber ich vermute mal, dass es eine Zwölf ist. Ich gucke nach. Red weiter. Schaust du nach? Okay, dann rede ich mal weiter. Vor der Kamera haben wir den Michael Angelo Covino. Der spielt den Mike. Kyle Marvin ist der Kyle. Und Gail Rankin, Marissa. Judith Goddrich ist Ava. Talia Belson ist die Susi. Und hinter der Kamera ist Michael Angelo Covino und Kyle Marvin. Das sind nämlich die beiden Hauptdarsteller, die Freunde spielen. Sind auch im wahren Leben Freunde. Und die haben jetzt beginnend aus einem Kurzfilm, haben sie jetzt dann einen Langfilm draus gemacht. Und sind beide für Drehbuch und Produktion verantwortlich. Und Michael Angelo Covino ist auch für die Regie komplett alleine verantwortlich. Auf jeden Fall zu erwähnen, weil das wirklich, da kommen wir vielleicht später nochmal ausführlich dazu. Der Zack Kupferstein macht die Kamera. Und das macht er wirklich gut. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Ich habe jetzt natürlich hier noch den ganzen kompletten Stab, aber ihr wisst ja aus Erfahrung, das machen wir ja meistens. Ja, vor allem muss man auch dazu sagen, dass es natürlich eine Independent-Produktion ist. Das heißt, die meisten Darsteller inklusive der beiden Hauptdarsteller waren uns bislang unbekannt und werden, wenn wir euch jetzt die Namen runterrattern, euch wahrscheinlich auch nichts sagen. Und da wir doch mit unserem Podcast eher dem Mainstream verbunden sind, nicht ausschließlich, aber ist halt so. Und selbst die Filme, aus denen man die Darsteller kennen könnte, sind halt meistens auch Independent-Produktionen. Insofern sparen wir euch und uns jetzt quasi dieses Name-Dropping, wie man so im Neudeutsch sagt. Und ich lese euch einfach mal kurz den Pressetext vor. Kyle und Mike sind beste Freunde, die sich überaus nahe stehen, bis Mike mit Kyles Verlobter schläft. Und das kurz vor der geplanten Hochzeit. Der Climb handelt von einer turbulenten, über die Jahre anhaltende Beziehung zweier Männer, die sich zwischen Freude, Herzschmerz, Wut und Versöhnung bewegt. Eine zum Brüllen komische, zugleich nachdenkliche Nabelschau, die von den fehlenden Grenzen echter Freundschaft handelt. Ja, gut zum Knacken. Trifft es ganz gut. Ja, wir können ja auch durchaus wieder mal drüber reden, welche Erwartungen wir so hatten. Weil wir haben uns ja vorher den Trailer angeguckt, bevor wir uns entschlossen haben, dass wir den Film auch sehen wollen. Und was war so dein Gedanke bei der Sichtung des Trailers? Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann schon Lust gehabt, den anzuschauen. Und ich meine, allein die Gelegenheit vom Verleih so einen Film zu bekommen. Und wie du es gestern schon gesagt hast, ich fühle mich so wie ein Mitglied von der Academy. Weil dann halt oben dann halt auch so die Spur dann halt mitläuft. Also diese Uhr. Und das ist halt einfach nochmal ein anderes Feeling. Und auch wenn wir vielleicht nicht jeden Indie-Film immer anschauen. Also es gibt schon welche, die wir halt auch mal, auch aufgrund der hohen Bewertung. Und dieser Film hat ja auch eine sehr hohe Bewertung. Und dann sagen wir auch mal so, ja klar, also es muss ja nicht immer Mainstream-Blockbuster sein. Ja, der Trailer hat halt wirklich auch einen angesprochen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, also das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das schauen wir auf jeden Fall an. Ja, also das war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich. Wir schauen jetzt schon Indie-Filme. Nur Indie-Filme sehen wir selten im Kino. Genau. Weil wir halt schon eher so der Meinung sind, dass halt optisch und akustisch entsprechend ausgestattete Filme es wert sind, im Kino gesehen zu werden. Ja, die brauchen einfach die große Leibung. Genau. Und so kleinere Filme, so sehr man das natürlich unterstützen sollte, dass die auch ins Kino kommen. Aber für uns, die Filme verlieren noch am wenigsten, um es mal so auszudrücken, wenn man sie zu Hause guckt. Aber es ist auch leider auch immer so, und es ist so, glaube ich, ein bisschen ein Problem in der Kinolandschaft, dass die, und das ist auch hier in Passau so, wenn es ein Indie-Film ist, dann läuft es halt leider auch immer in diesen kleinen, in Anführungszeichen. Programmkinos, ja. Programmkinos. Und wo du dann halt weder Beinfreiheit noch irgendwas hast. Und dann ist halt auch der Reiz zu sagen, okay, ich möchte den Film jetzt auch unterstützen, aber ich möchte jetzt halt auch nicht wie eine Sardelle die ganze Zeit da in diesem Saal sitzen. Dann sagt man sich halt, okay, dann schenke ich mir das einfach, weil es einfach so gang und gäbe ist. Ja. Deswegen, ja. Ja, aber ja, ich habe auch den Trailer geguckt und es sah für mich halt aus wie eine, naja, typische Independent-Produktion, die halt eher Charakter und Dialog zentriert ist. Es gab ein paar nette Gags im Trailer und dachte mir, ja, das machen wir mit. Weil ich glaube, wenn das jetzt irgendein Film gewesen wäre, der uns überhaupt gar nicht angemacht hätte oder irgendein, wo man schon sieht, irgendein Low-Budget, sonst was, Slasher, weißt du, irgendein Trash-Zeug, glaube ich, hätten wir uns nicht angeguckt. Aber zum Glück ist The Climb alles andere als Trash. Und ja, wie war denn dann so dein erster Eindruck nach der Sichtung? Ja, also ich habe, um es eigentlich ganz kurz zu machen, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Also es war jetzt nicht weniger, aber es war jetzt auch nicht mehr. Ja, also es, ja. Ja, also, ja, doch, das kann man so zusammenfassen, denke ich. Das ist ein gutes Fazit eigentlich schon. Nee, es ist tatsächlich so, dass die, 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 die. Also der Trailer zeigt schon, also der ist ein guter Trailer, wenn einem das nicht zusagt, also die Art von Humor. Genau, dann braucht man da auch gar nicht ins Kino gehen, weil der Trailer zeigt einem schon so, was einem, was da erwartet wird. Und es ist auch keine Mogelpackung oder so, also gar nicht. Ja, ich stimme dir dazu. Also es ist genau das geworden, was ich mir gedacht habe, nämlich ein amüsanter, stellenweise tatsächlich brüllend, komisch, also jetzt nicht laufend, das ist jetzt kein kontinuierlicher Schenkelklopfer, aber stellenweise brüllend, komisch, also visuell vor allen Dingen sehr beeindruckend. Also für das Budget, das er vermeintlich hatte, wird da mit sehr vielen One-Shots gearbeitet, das heißt so durchgängige Kamerafahrten, das ist sehr, sehr, ich mag sowas total. Also, und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, handwerklich, glaube ich, haben wir an dem Film überhaupt nichts auszusetzen. Also der ist super, also ich, also wir sind ja beide da echt riesen Fans von einer guten Kamera und die Kameraführung ist wirklich, also, gut ab, also würde man bei so einem Film jetzt überhaupt nicht erwarten. Und das fand ich eigentlich, ja, das hat mich am meisten überrascht und also angenehm überrascht, wo ich gesagt habe, das war jetzt wirklich cool, also die ganzen Einstellungen und auch die Fahrten, also. Ja, wenn man, wenn man sich die, die Eingangssequenz oder die namensgebende Sequenz, also der, der, der Film bezieht ja seinen Titel, The Climb, aus dem Radsport, ist ja dieser, dieser, dieser Anstieg, den die ja gleich zu Anfang mit dem Fahrrad bewältigen, sieht man auch auf dem Kinoplakat, soll natürlich eine Metapher sein auf die, die Hürden des Lebens, aber, nein, diese, diese Fahrradfahrt ist schon eine, eine durchgängige Kamerafahrt. Und sie machen das halt auch echt clever, dass sie halt mal irgendwo einen Bildausschnitt wieder ausblenden und dann wieder zurückblenden und dann ist wieder was passiert zwischenzeitlich und wir stehen halt total auf so Scheiß. Also diese, es gipfelt ja erst kürzlich in dieser Wahnsinns, in diesem Wahnsinns 1917, der ja auch so ein One-Shot, also der Film hier ist jetzt nicht so, dass es ein, also dass der ganze Film durchgängig eine Kamerafahrt wäre. Aber diese Technik kommt, ich glaube, in nahezu jeder Einstellung kommt die zu tragen. Ich glaube, dass jeder, jeder, das ist so in Episoden aufgeteilt, die dann auch immer so ein bisschen a la Pulp Fiction mit so einem Titel versehen sind. Und ich glaube, dass diese einzelnen Episoden, dass das immer eine Kamerafahrt ist, wenn ich mich nicht irre. Und da sind ein paar echt clevere Ideen drin, auch mit Überblenden. Ja, die sind so. Wie sie arbeiten und auch die Musik, die sie da gewählt haben, fand ich immer sehr passend. Hat so, ich meine, der Film beginnt in Frankreich und hat auch so einen französischen Touch. Ich bin jetzt kein Connoisseur des französischen Films, aber das hat für mich so, hat sich so angefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, so ein bisschen, ja. Also er fühlt sich auch, finde ich, gar nicht amerikanisch an. Nö, er fühlt sich französischer an, europäischer. Oder europäisch, genau. Also es ist ein sehr europäisch, sich anfühlender Film. Ja, ja, ich weiß es, also das ist aber, ich glaube, dass es bewusst gewählt ist, dieser Stil. Ja, es sieht jetzt nicht nach irgendeinem, es sieht mehr nach einem europäischen Indie-Film als nach einem amerikanischen aus, der eigentlich ist. Ja, also wie gesagt, es ist technisch brillant. Ich finde auch, dass die Darsteller durchweg einen guten Job machen, denen gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ich finde die Musik auch sehr, sehr gut gewählt, immer sehr, sehr passend. Sie haben zwischendurch auch immer so einen netten Gag, kann man das spoilerfrei, ja, ich denke schon, dass das halt Musik im Film spielt für den Zuschauer. Ja, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ich komme gerade nicht mit, also erzähl mal weiter. Naja, dass eine Band spielt. Dass Leute spielen und singen, nicht nur aus dem Radio, sondern im Film und da stehen Leute und die spielen Musik und die spielen sie ja für das Publikum. Ja, stimmt. Das war zweimal. Ja, relativ am Ende auch immer, gell. Okay. Ja, ja. Und deshalb fand ich irgendwie witzig, dass da irgendwie an Wes Anderson denken müssen, dass der macht das auch immer. Das fand ich auch einen coolen Einfall. Ja, wie gesagt, da gibt es für uns überhaupt nichts auszusetzen und wenn wir überhaupt was auszusetzen haben, dann hat das wahrscheinlich eher mit unserem persönlichen Geschmack zu tun. Das liegt einfach daran, dass der Film ja eine sehr toxische Männerfreundschaft beschreibt. Und toxisch in dem Sinne, dass einer der Protagonisten, ich sag jetzt mal, sehr auf andere bedacht ist. Er ist halt ein sehr passiver Mensch und er nimmt sich auch eher mal zurück und schaut halt auch, er wird ja auch im Film so beschrieben, dass er auch immer schaut, dass es anderen gut geht und weniger nach sich schaut und sein bester Freund ist eigentlich komplett das Gegenteil und nimmt halt und nimmt halt und wie halt, glaube ich, auch im Pressetext schon beschrieben, wird ja gleich am Anfang erzählt er ihm ja, wie er halt mit seiner Verlobten halt geschlafen hat. Und das ist, also da hat er halt mal komplett auf die Freundschaft geschissen, aber so in dem Sinne, dass er halt sagt, ja, das ist halt nicht schlimm, das gehört halt irgendwie zum Leben dazu. Also das ist, da hat diese Freundschaft in dem Moment komplett ausgeblendet, also wo ich mich dann auch frage, wie geht das eigentlich, aber naja. Und ja, wie dieses, wie es auch beschrieben, diese Grenzen oder fehlende Grenzen und er nimmt halt, er kennt halt gar keine Grenzen und der andere nimmt sich halt immer weiter zurück und zurück und das ist halt. Und irgendwie kommen sie halt den ganzen, also ihr ganzes Leben nicht voneinander los, also so, das beschreibt ja auch der Film. Also wie diese Freundschaft halt funktioniert, irgendwie funktioniert sie, wo jeder andere sagt so, wow, okay, also ich weiß nicht. Ja, der eine ist halt, ja, der eine ist immer sehr, sehr weich gezeichnet, also als Figur und will es immer allen recht machen und ist dann eigentlich immer so, wie andere ihn haben wollen. Und sein Freund ist genau das glatte Gegenteil, das hat extrem extrovertiert und nimmt sich, was er braucht. Und also diese Freundschaft ist so die Basis und wenn ich das Problem, das ich mit diesem Film habe, jetzt irgendwie benennen müsste und dann haben wir ein ähnliches Problem, ich wahrscheinlich ein bisschen weniger als du, aber ich kann dich extrem gut verstehen, weil solche Filme keine Helden haben. Und ich meine jetzt nicht irgendwie alle Superhelden, keine Marvel-Helden, keine Marvel-Helden, sondern einfach Figuren, mit denen man sich irgendwie, mit denen man sich identifizieren kann, die auch mal was Gutes tun oder die auch mal über sich hinaus wachsen. Oder die einfach grundlegend sympathisch sind oder bemitleidenswert sind. Und ich weiß nicht, ich konnte mich mit keiner der Figuren so weit identifizieren, dass ich sowas verspürt hätte. Ja, also gar nicht. Und vor allem halt, es kommen im Prinzip zwei Frauen halt auch noch hinzu. Die erste, die, ja, auf jeden Fall und selbst mit denen kann man sich nicht identifizieren. Also die kriegen auch, sagen wir mal, nicht genug Raum, dass man halt sagt, okay, also ich lerne jetzt diese Figur auch dann kennen. Und im Prinzip ist es mit beiden, also so wie du es halt gesagt hast, also sie finden halt im Prinzip nur über die Jahre einen Weg, wie halt diese Freundschaft, also so als ob sich das Pendel irgendwann mal angleicht. Also so, aber ich glaube, die Konstellationen, die bleiben. Also der eine nimmt, der andere gibt, aber man hat sich so dran gewöhnt irgendwie im Laufe der Zeit und stumpft so ein bisschen ab. Aber das ist ja kein über sich hinaus wachsen oder so, weil ich denke halt immer, der Mensch sollte nicht still verharren und er sollte immer auch mitunter an sich arbeiten und über sich hinaus wachsen auch. Und wenn es nur im Kleinen halt ist und das ist das, was ich für mich inspirierend finde und wo mich anspornt. Und das ist halt bei den beiden halt nicht so. Und das ist dann, von der Geschichte her, ist mir das dann auch zu eindimensional. Es ist halt so, dass ich keine, also es gibt keine Figur, also keine der Figuren ist halt so gezeichnet, dass ich sagen würde, ach, das ist jetzt aber schade, dass dem, ausgerechnet dem oder der das passiert. Oder Mensch, wieso hat er so viel Pech? Also keiner tut halt irgendwie Dinge, wo sich der Charakter quasi, aus meiner Sicht sich emotional verdient, Mitleid zu haben. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Also keiner verdient sich das Mitleid. Also die verhalten sich alle einfach so, ja, menschlich, aber halt so schräg und so selbstzerstörerisch. Sie haben ja auch gesagt, dieses Presseheft ist ja auch ein Interview von den beiden und sie haben sich ja absichtlich so ein bisschen, also das ist schon auch Teil ihrer Freundschaft, aber sie haben das so ein bisschen überzeichnet natürlich. Also der Keil ist jetzt nicht ganz so ein Waschlappen und der andere ist jetzt nicht ganz so ein Arschloch, aber sie haben es schon ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und klar, es gibt immer herzensgute Menschen da draußen und auch die werden leider halt auch immer ausgenutzt und es gibt leider, und in dem Zug gibt es dann halt auch immer Arschlöcher und ja, und im besten, oder nicht im besten, im schlimmsten Falle bleiben die halt auch einfach auch Arschlöcher. Und ihr Leben lang, bis dann halt irgendeiner Erde auf sich schüttet und ja, so ist das halt. Und, aber es ist, ja, da denke ich mir dann so, hey, ist ja schön, dass ihr eure Freundschaft so sehen könnt und ihr die auch ein bisschen überzeichnet, aber, naja, wie gesagt, mir fehlt dann halt dieses, diese Katharsis. Ja, ja. Ja, genau. Es ist, ja genau, es fehlt die Katharsis. Also es ist halt irgendwie so, dass ich, ähm. Es ist für die Zuschauer ja auch befreiend. Ja. Weil so bist du, also grad, also nicht beim Kyle, aber beim Mike, weil der macht dann halt während des Films immer irgendwelche Sachen und du als Zuschauer, also ich hab mich dann immer wieder, oh nee, oder? Oh nee, oder? Oh nee, oder? Also das war immer mein Kommentar zum Mike. Und ja, der Kyle, der war einem, denkt man so, ja, okay, dann, also der war einem fast schon so ein bisschen egal, weil, ähm, dass ich das halt mit sich machen halt lassen. Ja, ja, das ist, ja, anders kann ich es nicht ausdrücken. Also am Ende des Films hat man halt nicht das Gefühl, ähm, mit den Figuren eine große Entwicklung durch, also das, natürlich gibt es Zeitsprünge drin, da können wir vielleicht im Spoiler-Teil nochmal, äh, ein paar rauspicken, aber, ähm, äh, es hat, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sich die Charaktere großartig weiterentwickelt haben, sodass man am Ende halt eine Episode oder mehrere Episoden aus deren Leben gesehen hat. Hat, wo sie aber am Ende mehr oder minder gleich herausgehen? Ja? Ja, ja, ja. Würdest du sagen, also, oder, oder, oder hast du da jetzt irgendeine große Entwicklung verspürt? Nee, gar nicht. Außer, dass sie, wie du schon gesagt hast, dass sie sich halt als Freunde, ähm, eingependelt haben. Auch hier wieder Verweis aufs Presseheft, ähm, das ist wie ein altes Ehepaar halt einfach. Und, ähm, irgendwann mit der Zeit schätzt du wahrscheinlich die guten Sachen und nimmst die schlechten genauso mit, also, und da gibt's, und dann akzeptiert man sich so. Das ist ja natürlich schön, wenn man den anderen so akzeptiert, wie er halt auch ist, aber natürlich kann man, dieses Miteinander, diese Reibung, wo ja entsteht, wenn Menschen aufeinander treffen, das ist ja, kann ja auch was Gutes sein. Und, dass man halt einfach sagt, okay, ähm, ja, es gibt ja immer irgendwo ein bisschen Bedarf, dass man sagt, es ist ja auch für einen selber gut, wenn man an sich arbeitet. Also, es heißt jetzt eben, dass man sich geistig weiterentwickelt oder manche dann halt körperlich oder was der Geier was, also, Stillstand ist der Tod, würde Herbert Gröne mal jetzt sagen. Ja, das ist auch ein, ein, ein schönes, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, zu, zum, zum Spoiler-freien Teil. Schluss jetzt! Ja, ähm, mein Fazit, äh, zu dem Ganzen ist, dass es, also, ich hab mich, äh, unterhalten, also, ich habe vor allen Dingen, äh, optisch, äh, war ich beeindruckt, dass, äh, für so eine Produktion einfach eine unglaublich tolle Kamera, ähm, 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 das ist enthalten, ähm, das ist eine tolle Kameraarbeit geleistet wurde. Ähm, das eine schließt das andere natürlich nicht aus, aber es ist halt, mir ist es halt aufgefallen. und mein Resultat war halt am Ende nett. Das ist eine nette Komödie, die kann man sich anschauen. Vielleicht, wenn die jetzt am 20. August ins Kino kommt und ihr trotz der widrigen äußeren Umstände ins Kino geht, ich weiß, dass ja momentan eh jetzt nicht die großen Perlen in die Kinos kommen ständig, weil die großen Verleihe natürlich, die jetzt so lange wie möglich zurückhalten, damit sie halt möglichst viele Zuschauer wieder ins Kino kriegen. Insofern ist das Angebot momentan eh nicht so prall und da würde ich dann sagen, da macht ihr mit der Climb definitiv nicht großartig was verkehrt. Es sei denn natürlich, ihr seid jetzt ausschließlich irgendwelche Blockbuster-Fans, dann wird euch der Climb natürlich nicht gefallen. Nee, gar nicht. Klar, da sind schon so ein paar die leisen Töne dazwischen, das muss man dann halt auch da muss man halt einfach Fan davon sein und es ist halt auch ein sehr ruhig gehaltener Film. Ja, und Dialoge halt. Dialoglastig natürlich und da gibt es dann halt auch mal Sequenzen, da wird halt, wie gesagt, die Kamera, die fährt dann halt in der Gegend rum und dann passiert halt nur diese Kamerafahrt und dann musst du halt, aber so gibt es dann halt keine Dialoge oder so. Also es ist schon ein sehr ruhiger Film und das muss man halt einfach mögen. Ja, aber er ist amüsant. Also ich mochte den und hätte mir den jetzt vermutlich nicht im Kino angesehen, aber zu Hause wäre, es wäre schade gewesen, wenn wir den nicht gesehen hätten und nicht drüber gestolpert wären. Und wer weiß, wie lange es gedauert hätte, bis der auf unserem Radar erschienen wäre, hätten wir jetzt nicht diese Gelegenheit gehabt. Ja, also insofern könnt ihr dem durchaus eure Zeit widmen. Dauert ja auch nicht allzu lange. Wie gesagt, eineinhalb Stunden ist genau die richtige Länge. Und ich meine 82 Meter Score, ich meine, das spricht ja auch was. Naja, also wie gesagt, es ist eine kleine, feine Independent-Komödie. Und was ich noch erwähnen wollte, was man Filmen oftmals anmerkt und ich finde auch dem hier, ist, wenn quasi Autoren, Produzenten und Darsteller irgendwie alles in einem sind, weil das sind Herzensprojekte. Ja, das merkt man schon. Das sind halt Projekte, wo den Machern einfach unglaublich viel dran gelegen ist, das zu realisieren, die da wahrscheinlich auch wahnsinnig viel an Herzblut investiert haben und das merkt man. Ja, absolut, finde ich auch. Und ja, das sollte man honorieren. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem kleinen Spoiler-Alarm. Jetzt wollte ich eine Sekunde schon aufschrecken und dann ist mir eingefallen, hey, das ist doch der Spoiler-Alarm. Achso, wurdest du schon aus dem Haus raus? Ja, genau. Bin ich es mehr gewohnt hier. Ja, großartige Detail-Analyse. Müssen wir jetzt eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur auf ein paar Szenen eingehen, die mir besonders gut gefallen haben. Also was der Film wirklich gut macht, ist, ich bin jetzt nicht immer so ein großer Fan von diesen Episoden, aber dieser Film macht mit diesen Episoden ja immer einen Zeitsprung. Und der macht das halt insofern, dass du in den ersten Minuten nach diesem Sprung erstmal Orientierungsphase brauchst. Aber das ist jedes Mal echt gut gemacht. Ja, das stimmt. Weil du nach ein paar Minuten sofort weißt, ah, okay, das ist jetzt passiert in der Zwischenzeit. Aha, da sind sie jetzt. Und darum sind sie jetzt da. Und alles andere, was irgendwie nicht eindeutig ist, überlässt man halt der Fantasie des Zuschauers. Und das finde ich gut. Also ich würde mal so schätzen, dass der Film eine Zeitspanne von zehn Jahren sind. Kann das sein? Mindestens. Wenn nicht 15. Mindestens. Ja. Also der Film beginnt und endet ja mit dieser Fahrradfahrt. Und am Ende ist ja sein Sohn so fünf oder sechs Jahre alt. Fünf, sechs Jahre alt. Und ich glaube, also mindestens, ich glaube, dass der 15 Jahre dazwischen liegt. Ja. Hätte ich jetzt geschätzt. Aber halt durch diese Episoden immer sehr, sehr, also wir sind clevere Abschnitte, die sie da gewählt haben. Und es dauert nicht lange, bis man halt weiß. Also der erste Schnitt ist ja die Beerdigung. Da ist man auch erst mal baff. Also nachdem ja der Freund dem Keil da offenbart, dass er mit seiner Verlobten geschlafen hat. Nächste Episode ist die Ava. Also es ist ja die Ava, wo, und dann haben die ja geheiratet. Und das erfährst du ja dann erst. Also nicht der Keil hat sie dann geheiratet. Sondern der Mike, also der Betrüger. Und die haben dann geheiratet. Und dann erfährst du das erst, dass sie halt geheiratet haben, als sie schon unter der Erde liegt. Auf der Beerdigung, ja. Genau. Ja. Und dann gibt es halt, sagen wir mal, das war auch eine der besseren Episoden, diese Beerdigung, wo dann halt auch groteske Dinge passieren, dass er das Grab nicht, dass er da keine Erde drauf schafeln darf, weil er kein Gewerkschaftsmitglied ist. Ja, schon. Ach so, ja. Und dann, das war das, wo die dann gesungen haben. Das hast du gemeint. Ja. Ja. Und später dann auch noch mal vor dem Fahrradgeschäft. Ja. Haben sie auch gesungen. Ja, und in dem Eis, auf dem Eis, Eisfischen, haben auch welche gesungen. Ja. Ja, da hat er einer mit Geige und einer mit so einer Gitarre. Und die standen da vor diesem Häuschen auf dem Eis. Ah ja, stimmt. Wo er doch da eingebrochen ist. Ah ja. Entschuldigung. Ja, genau. Und da spielen ja diese Bestatter, die da die Gräber ausheben, die Friedhofsarbeiter, die spielen da. Das habe ich in dem Moment irgendwie nicht so verstanden. Singen da so ein Gospel, ja. Ja. Ja, dann kommt ja der nächste Cut und der geht wohin? Also Beerdigung und dann... Weihnachtsfeier? Nee. Also Thanksgiving. Thanksgiving, genau. Und da ist halt die ganze Familie und da lernt man dann seine neue Freundin kennen. Und schon mal... Das fand ich auch lustig, wo er da so strippt für sie. Ja. Im Keller seiner Mutter. Ja, genau. Die Susi. Und dann halt auch ganz... Also wirklich auch wirklich clever in wenigen Szenen klar wird, was die für ein Verhältnis haben. Ja. Dass sie halt wieder die Dominante ist, dass sie sich wieder genau die Richtige gesucht hat, die halt ihren Kopf durchsetzen will, wie zum Beispiel an Silvester nicht mit der Familie feiern, sondern schief angehen. Genau. Aber das tut er ja dann später dann auch sagen, das wäre ja auch der Grund, warum er sie heiratet oder heiraten will, weil sie halt... Also er gibt... Sie gibt ihm Führung und das braucht er halt einfach, weil er irgendwie, keine Ahnung, nicht alleine in der Welt klarkommt. Er ist schon so ein... Tropf. Armer Tropf, genau. Naja, und dann ist... Ja, zum einen müssen sie halt offenbaren, dass sie heiraten. Oder will sie, dass er seiner Mutter sagt, dass sie heiraten werden und dass sie halt an Silvester Skifahren gehen werden. Genau. Und das... Da lernt man so in Auszügen die Familie kennen. Und wie ich schon sagte, das ist etwas, was der Film sehr, sehr clever macht, wie ich finde, dass mit wenigen Szenen und Dialogzeilen die einzelnen Figuren schon... Da ist doch dieser komische, lüsterne Onkel da. Ja. Der hat nur drei Sätze im ganzen Film. Ja, und dann weiß man schon... Du weißt genau, was das für einer ist. Ja, genau. Und der diese Werbung so geil findet. Nicht nur für Männer. Ja, ja, mit dem weiblichen Viagra. Nicht nur für Frauen. Ja, das ist eh für Männer gemacht. Ja, also das war so das erste große Familientreffen und an dessen Ende offenbart ja Kiles Mutter ihm, dass sie den Mike zu Weihnachten eingeladen hat. Genau, und dann kommt wirklich ein sehr guter Übergang. Mit diesen parkenden Autos. Genau, wo dann so langsam in Eis gehaucht sind und dann weiß man, okay, jetzt immer vom Herbst sind wir jetzt im Winter. Und er sitzt dann halt auch in diesem Auto und... Der Mike. Der Mike, genau. Und kippt sich dann erstmal was runter und er hat halt deutlich zugenommen und es sieht halt einfach aus, wie er aus dem Arsch gezogen ist. Ja, voll fertig. Kann man nicht mehr sagen. Sieht sich im Auto noch schnell was über. Ja, irgendwas anderes, was halt nicht stinkt, aber wahrscheinlich stinkt es auch. Ja, er ist einfach eklig. Also er ist eh jetzt nicht so. Wo ich mich eh immer wundere, dass die ganzen Frauen vom Kyle sich dann mit ihm dann immer im Bett wiederfinden, weil er wahrlich kein attraktiver Mann ist. Also er sieht halt auch aus wie ein Arschloch. Das frage ich mich beim Tony Soprano auch immer. Ja, genau. Ja, aber das ist die Macht, die er ausstrahlt. Ja, wahrscheinlich. Also nicht, dass ich jetzt mit Tony Soprano ins Bett gehen würde, aber das ist das, was ich wahrscheinlich nachvollziehen kann. Ja, dann folgt ja diese tolle Kamerafahrt ums Haus. Ja, die ist echt. Die hat mich echt beeindruckt, wo halt so dieses, die Weihnachtsfeier mit vielen, vielen Familienmitgliedern und Freunden stattfindet und die Kamera quasi außenrum von Fenster zu Fenster fährt und dann Szenen einfängt. Und abgesehen davon, dass es halt echt, also technisch, dass es halt auch stimmungsvoll gemacht ist und es ist halt, es ist halt technisch auch immer eine Herausforderung, wenn man halt weiß, was da logistisch dahintersteckt, sowas zu tun. Das Timing muss halt gut sein und so, aber ich mag das total und dann ist man halt wieder draußen beim Rauchen und dann ist man wieder drin und am Ende fällt er doch auf den Tisch, wo er sich den, diesen, diesen Footballhelm da aufsetzt und dann in seiner Volltrunkenheit da auf den Tisch fällt. Und ja, sagen wir mal so, die Kernbotschaft dieser einen Episode ist ja die, dass seine, also Kiles Mutter dem Mike halt sagt, er soll sich mal am Riemen reißen und nicht nur an sich selber denken und dass der Kyle dann halt sagt, okay, vielleicht sollte ich jetzt unsere Differenzen mal überbrücken und dann doch mich um ihn kümmern. Das ist so das Ende von dieser Weihnachtsepisode und dann sind sie ja plötzlich gemeinsam beim, beim Skifahren. Genau und dann, äh, feiern sie irgendwie Silvester zusammen und, ähm, sind dann in dieser, ähm, ja, aber, ähm, entschuldige, dass ich unterbreche, aber so ganz subtil äh, gibt ja die Mutter, Kiles Mutter, dem Mike zu verstehen, dass die Art und Weise, wie er sich quasi wieder in die Familie einbringen kann, ja die wäre, ähm, Kyle klar zu machen, dass die, dass es nicht die richtige ist. Die Susi. Die Susi, also die Mutter ist da tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, äh, treibende Kraft, also die, die, so zwischen den Zeilen gibt es ihm zu verstehen, dass sie die nicht mag. Ja, aber meinst du, dass die Mutter dafür gesorgt hat, dass der, ne, das, äh, ganz objektiv betrachtet finde ich jetzt auch nicht, dass das eine tolle Frau ist, also, die Mutter? Nein, seine Susi. Achso, die Susi, Also jetzt, mein Optik hin oder her, das bleibt ja eben selber überlassen, aber so charakterlich, äh, ist sie halt einfach so dominant und, ähm, auch wenn er dann sagt, er braucht das, finde ich halt, weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Ja, man spürt wahrlich keine Liebe zwischen ihnen. Nee, das ist so eine ganz komische Beziehung auch, ne, wo sie dann, keine Ahnung, das hört man dann so in Dialogen raus, bei der Weihnachtsfeischung nach, ja, und keine Hilfe. Das ist gar nicht die Susi, Entschuldigung, die heißt ja Marissa. Marissa. Ach, wieso sag ich Susi? Weiß ich nicht, ich hab das jetzt, hab dir das jetzt voll geglaubt? Tja, Fake News, Lügenpresse, Tofu-Presse. Ja, ich hab jetzt die, die, ähm, ich meinte jetzt so diesen, diesen Dialog, wo sie gesagt hat, ja, ja, der Keil, der hilft mir jetzt mit meinem Job, ähm, der schreibt gar nicht mehr so viel, das ist ja irgendwie Werbetext oder so. Ja, man merkt halt einfach, dass sie die vereinnahmende Person in der Beziehung ist. Ja, ja, dann kommt sie auf dieser Skihütte dann zu diesem Zwischenfall und dann trinken sie halt wieder, nee, er fliegt noch vom Sessellift runter, Nee, der fährt doch die schwarze Piste runter. Ich sag, ich fahr jetzt die sowieso. Das ist doch sein Schlusssatz und dann sie ist dann ja mit gebrochenem Arm. Ja, ja, genau. Und dann, ja, dann hängt der Inhalt an der Backe, was ihr überhaupt nicht passt und Kyle und Mike besaufen sich. Was ihr auch nicht passt. Was ihr auch nicht passt und fressen den Käse, was ihr auch nicht passt. Weil sie erst frisches Brot gebacken hat. Genau. Aber ich meine, wer stellt denn den Käse schon dahin und lässt das Brot erstmal backen? Wer macht denn sowas? Auch ein bisschen doof, aber egal. Und sie will eigentlich, sie will eigentlich eine romantische Sexnacht in der Berghütte haben. hat sie schon dementsprechend angezogen und er ist schon so voll, dass er dann halt einpennt. Und das, das ist dann auch wieder, wo ich mir denke, so hä, also ich verstehe die Frau irgendwie auch nicht, weil sie dann runter geht und sie will eigentlich den, den Mike irgendwie rausschmeißen und irgendwie ändert es dann in so eine komische Rangelei, wo sie sich dann irgendwie auch küssen oder nicht. Doch sie küssen sich und dann wird ausgeblendet und dann später erfährt man im nächsten Kapitel, dass der Mike es halt mal wieder nicht lassen können und mit der Marissa geschlafen hat. Nur, dass dem Keil des Club mittlerweile so bumms ist, dass er dann sagt, okay, dann ist es halt so, ich heirate sie trotzdem. Weil wahrscheinlich, wahrscheinlich denkt er wirklich. Jetzt ist mir da ein Schlankzons blöd. Ja, ich habe jetzt nicht Lust, nochmal die nächste Ische zu suchen. Ja, da machen sie ja diesen, diesen komischen Jungselnabschied, wo, also das fand ich auch cool eigentlich, weil er wird am Anfang entführt, also der Keil wird von zwei vermummten Personen am Straßenrand, wo gerade am Schneeschippen ist, entführt und ich so, what the fuck, was, was geht denn jetzt ab? Und dann kommt da dieser lustige Dialog, das ist meine Gangsterstimme und das ist mein Irren. Und dann stellt sich heraus, ja, das ist ein Gag, weil die wollen ihn jetzt empführen zu Junggesillenabschiedern, was, beim Eisfischen in so einer Hütte, ich weiß ja nicht. Ja, und da erzählt das ihm dann halt, dass er mit Marissa geschlafen hat und dann bricht er auch noch ins Eis ein. Der Keil. Der Keil, ja, genau. Und der Mike rettet ihn dann und genau. Und dann gibt es wieder einen Sprung, glaube ich, und das war dann schon die Hochzeit, oder? Ja, also man sieht dann nur irgendwie, dass der Mike nochmal ins Kino gehen will. Ach stimmt, das war auch nochmal dazwischen, gell? Ja. Alleine geht. Genau, er geht alleine ins Kino und dann kommt eigentlich schon die Hochzeit und da will er dann quasi den Keil retten und sagt halt, er hebt Einspruch und daraufhin gibt es halt erstmal eine Riesendiskussion und die Familienseite von ihm, die freut sich natürlich so quasi, dass jetzt die Hochzeit vielleicht doch nicht zustande kommt. Ja, meinst du, dass die zu dem Zeitpunkt dann, also dann sagt ja der Pfarrer sowas wie, ja, also wenn ihr euch noch nicht sicher seid, also nur wegen Kind zu heiraten, das lassen wir mal schön. Ja, genau. Ihr kommt wieder, wenn das Kind zur Welt ist und euch noch sicher seid. Also mit anderen Worten, die Hochzeit fällt ja trotz allem flach, wo sie sich gegenseitig beteuern, das wirklich zu wollen. Und glaubst du, dass die dann verheiratet sind? Nein, ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht, genau. Ja, ich glaube, dass die das dann echt gelassen haben. Weil das geht ja dann irgendwie damit los, dass der, das ist ja wieder eine Episode, wie sie quasi zu diesem Fahrradladen, also der Mike hat dann offensichtlich so eine kleine Fahrradwerkstatt und sie geht doch dahin und sagt ihm, ja, du, dein, der Keil vermisst dich. Mhm. Und das wird aber gar nicht so ganz, da sieht man halt ihr Baby dann und man sieht aber jetzt gar nicht so recht, was da jetzt passiert. Aber ich glaube, dass das so der Moment war, wo sie halt wieder anfangen, Freunde, Freundschaft zu, zueinander zu finden, weil dann der nächste Schritt ist ja dann wo, das fand ich aber auch cool, du siehst ja erstmal den Mike, wie er Schränke durchsucht in der Küche neben ihm die Marissa und denkst ja, okay, wohnen die jetzt zusammen? Sind die jetzt, also, hätte mich jetzt nicht gewundert, aber dann siehst du, dass der Mike eigentlich nur dem Keil beim Ausziehen hilft. Ja, genau. Aber das war auch so, so ein paar Sekunden dann so, okay, wer, was, ne, sind die jetzt zusammen? Ja, und dann gibt es dann auch eine total absurde Szene, weil die halt ihren Umzugslaster draußen stehen haben, weil, also nicht mitten auf der Straße, so am Gehweg, also, und dann kommt ein Fahrschulauto und der Fahrlehrer hupt dann erstmal wie so ein Irrer und der Mike sagt dann immer, fahr vorbei, fahr vorbei und der fährt einfach nicht vorbei und dann geht es dann halt los mit Beschimpfungen und dann steigt der Fahrschullehrer raus. Das fand ich eigentlich so irgendwie, ja, auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite war es irgendwie so, irgendwie sehr groteskige Szene, weil der Mike dann wirklich vor ihm flieht und dann wie so ein Hund sich auf den Rücken legt, so quasi, tu mir nix, tu mir nix, tu mir nix und der Fahrschullehrer lässt dann von ihm ab und das war so, irgendwie eklig. Ja, da ziehen sie ja um und sie ziehen ja nur ein paar Häuser weiter. Ja. Das war dann auch so lustig. Aber so total chaotisch, weil die halt dann, keine Ahnung, kisten, also einfach die Sachen in die Kisten schmeißen und dann geht dann halt auch ziemlich viel Porzellan kaputt und es ist dann egal und dann liegt es irgendwie rum und dann nehmen sie dann drei Kisten auf einem und dann fliegt wieder was um und dann ist auch die Klappe von dem, von dem Laster ist dann noch, hängt dann noch aus und dann fahren sie einmal um die Ecke und ja. Und dann kommt, finde ich, die schönste Szene von dem Film. Wo sie dann, wo sie dann wieder Fahrrad fahren. Wo sie dann wieder Fahrrad fahren und der Sohn vom Keil dabei ist und er halt mit seinen Stützrädern da versucht, da mitzuhalten und es eigentlich echt gut macht und der Mike dann sagt, ja komm, als männlicher Part dieser Beziehung, ja komm, jetzt probieren wir es doch mal, dass er mal ohne Stützräder und der Keil als weiblicher Part sagt, nein, nein, weil es könnte ja was passieren, pipapo, na na, vertrau ihm doch. Und dann werden die Stützräder weggemacht und dann fliegt das Kind halt einmal hin, wie es halt so ist und der Keil so, nein, nein, nein. Weißt du, was ich mich gefragt habe, jetzt im Nachhinein, glaubst du, haben die da eine Beziehung? Also auf jeden Fall keine sexuelle. Also weil, sie sagen ja, kein Erziehungsrecht oder so, also sind die dann zusammen reingezogen in das Haus? Ja, ja, die leben zusammen. Die leben zusammen. Ja, ja. Also hast du das schon auch verstanden? Ja, genau. Aber das ist keine sexuelle Beziehung. Also so würde ich, also glaube ich nicht. Okay. Das ist halt einfach, ja, wie eine WG halt. Ja, ja. Und sie ziehen halt beide zusammen, also mit der Mutter halt das Kind groß und deswegen. Ja, auf jeden Fall, der Kleine, auf einmal fährt da halt wie so ein Teufel. Fährt da mit dem Fahrrad ohne Stützräder und die zwei dann hinten dran und ja, Ende gut, alles gut. Ja, wobei sich ja nicht viel getan hat. Nee, also sie arrangieren sich halt. Das ist das Einzige, was passiert ist. Also sie gewöhnen sich einander, arrangieren sich und aber erst ab dem Moment ist dann, glaube ich, so ein bisschen, kehrt Frieden ein. Also ich glaube, dass sie dann, solange der andere keine Frau in seinem Leben hat, kann der andere ihn ja auch nicht betrügen. Ja. Und deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, oder der Keil hat dann gesagt, bevor er jetzt wieder eine Frau wegschnappt, dann bleibe ich lieber mit ihm zusammen. Irgendwie so, keine Ahnung. Also ganz komisch. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein echt netter Film. Also das, er hat schon seine, er hat schon seine Momente und weiß ich, wie lange er mich jetzt bewegen wird, wahrscheinlich eher nicht so lang, aber er hat mich sehr gut unterhalten. Tja. Dann sind wir durch für heute. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Ausblick, den du am Anfang schon spoilern wolltest. Ja, weil es ist ja so, dass ich ja gesagt habe, dass so ziemlich viele Filme auf nächstes Jahr verschoben worden sind oder dass sie jetzt halt dann gestreamt werden, wie zum Beispiel Mulan und es gibt aber einen Film, auf den, glaube ich, sehr, sehr viele Leute warten und zwar ist das von der Warner und Christopher Nolan, der Tenet und der wurde jetzt ja auch schon munter hin und her verschoben und da war ja dann auch mal kurz die Frage, ob er überhaupt noch dieses Jahr kommt und er kommt dieses Jahr und zwar Ende August, also am 26. August und wir haben jetzt, ich würde es jetzt echt mal sagen, todesmutig, haben wir jetzt schon Karten gekauft und auch reserviert mit Adressenangaben, Nahusangaben, also das ganze Sicherheitssystem und ja, das wird jetzt ziemlich spannend, weil wir jetzt wirklich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich habe wirklich vor dieser Pandemie und auch alles, was drumherum ist, wirklich einen Heidenrespekt und ich bin, ich gehöre zu den Leuten, die halt das sehr ernst nehmen und ich hätte eigentlich gesagt, okay, man geht es vielleicht erst mal nicht ins Kino, aber ich denke mal auch, die werden sich ja was dabei gedacht haben und jetzt probieren wir es einfach mal, wie das so ist. Ich bin, ich bin, sagen wir mal so, ich, du bist der gleichen Meinung wie du, du kennst mich, ich bin da eher der vorsichtige, vorsichtigere Typ und ich bin halt auch jemand, der sagt, ich muss jetzt auch nicht essen gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss, also in Restaurants oder in irgendwelche öffentliche Veranstaltungen, aber ich finde, dass man halt in so einem Kino, also wenn man es jetzt mit so einer eher alltäglichen Situation wie einem Supermarkt oder so vergleicht, ein auch relativ geregeltes Hygienekonzept umsetzen kann, eben weil es halt feste Sitzplätze gibt, natürlich muss man aneinander vorbeilaufen, aber wenn man aufsteht, muss man halt Maske tragen, also wie im Alltag halt auch und auch wenn wir jetzt nicht in der Frequenz ins Kino gehen, in der wir das eigentlich sonst getan hätten, finde ich das schon vertretbar für uns und auch also auch mal so als als CSU oder als besonderer, also dass man halt sich einfach zwischendurch mal wieder ein Kino gönnt. Ja. Also wir fahren jetzt nicht in Urlaub, wir haben unsere Hochzeit verschoben, wir haben, wir gehen eigentlich sonst kaum unter Leute, also wir halten uns wirklich ja, sehr, sehr penibel an die, an die Hygieneauflagen und selbst Dinge, die wir jetzt offiziell wieder tun dürften, lassen wir einfach aus Vernunftsgründen, weil ich sage, nur weil man etwas kann oder darf, muss man es nicht unbedingt tun und so haben wir das bislang auch mit unseren Kinobesuchen gehalten, selbst wenn wir schon seit geraumer Zeit hätten wieder gehen können, haben wir gesagt, nee, also nur wenn nicht Tenet, wenn nicht ein Christopher Nolan Film im Kino, dann was dann, also im Kino, das ist halt, das ist halt ein Film, wo ich sage, der würde mich wahrscheinlich brutalst, das würde mir, das würde mich traurig machen, also das würde mir wehtun, ist jetzt ein hartes Wort, es ist immer nur ein Film, aber es ist, das finde ich extrem schade, wenn ich den nicht auf Leinwand sehen könnte und es ist ein Test, also ich, wir haben beide das noch nicht mitgemacht, wir werden uns das angucken, wenn uns das Hygienekonzept jetzt nicht überzeugen würde, glaube ich, würden wir da auch nicht nochmal hingehen, also wenn das irgendwie zu lasch gehandhabt wird oder allen alles egal ist, dann würde ich wahrscheinlich auf weitere Besuche verzichten. Ja, das werden wir dann eh nächstes Mal berichten und ja, das kann man dann auch mal so im Kinobetreiber auch mal sagen, ich meine, das ist, weil letztendlich, klar, ist denen ihre Existenz jetzt schon sehr eingeschränkt worden und ja, es gibt halt einfach Sachen, natürlich hat man jetzt auf viele Sachen verzichten müssen und dann kann man dann halt mal sehen, okay, was ist jetzt halt lebensnotwendig und was nicht und ja, dann ist halt ein Kinobesuch halt nicht lebensnotwendig und natürlich tut mir das jetzt leid für alle Kulturschaffenden da draußen und natürlich gehört Kultur auch zum Leben mit dazu, aber überall, wo man halt auf Menschen trifft, dann halt auch nicht und es ist halt leider auch so und die Bilder in den vergangenen Wochen haben es halt einfach gezeigt, der Mensch ist halt leider anscheinend kein vernunftbegabtes Wesen, weil sonst würde es nicht irgendwelche Covidioten auf Mallorca geben oder in Berlin oder auf irgendwelchen Demos oder was da geier was und es tut mir leid, ich habe für solche Leute kein Verständnis. Es ist halt einfach so, weil wenn ich dann halt auch dann lese in diversen Interviews, was diese Krankheit einfach mit einem macht und es ist egal, wie alt man ist und das macht mir Angst. Also so ein Corona, so ein Covid-19 möchte ich nicht haben, also weil du da wirklich lange, lange, lange mit dieser Krankheit zu tun hast und deswegen, das muss jeder ernst nehmen und ich hoffe, dass wir da wieder die Kurve kriegen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, also weil es zeichnet sich ja wieder ab, dass halt vielleicht dann die zweite Welle kommt, aber wenn jetzt halt wieder alle die Beine halt so einigermaßen still halten, dann kommen wir vielleicht wieder drum herum. Ja, aber ich glaube, ich glaube irgendwie, manche hatten da irgendwie so eine ganz komische Vorstellung davon, wie das jetzt verlaufen wird und ich glaube, manche dachten sich halt, okay, fanden das am Anfang noch ganz lustig und so, uh, ein Virus und uh, und jetzt müssen wir alle zu Hause bleiben und uh, Krise. Aber als die Krise dann etwas länger dauerte, als die sich das gewünscht haben, wurden sie halt dann plötzlich nervös und laut und jetzt stellt sich halt heraus, naja, solange kein Impfstoff existiert, ist die Bedrohung halt einfach da und wir müssen auch die kommenden Monate immer noch damit leben und wenn es dumm läuft, wird beispielsweise auch unser nächster avisierter Hochzeitstermin zumindest in Mitleidenschaft gezogen, wenn auch nicht wieder verschoben, aber dass man halt immer noch mit irgendwelchen Auflagen zu kämpfen hat. Ich rechne eigentlich damit. Ja, ich rechne auch damit und das ist ja auch, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist es ja in dem Rahmen, wo wir auch sagen, in dem können wir uns ja auch bewegen. Aber wir hatten vorher schon nicht die Gelegenheit, uns so drauf vorzubereiten und jetzt ist man halt, ja, man lernt halt einfach damit zu leben und vielleicht ist ja ein gelegentlicher Kinobesuch Teil dieses Lebens. Wir werden es sehen. Wir werden euch drüber berichten. Wir freuen uns auf alle Fälle auf den Film, auf die Erfahrung, weiß ich noch nicht. Ja. Das, das, das müssen wir erst mal sehen. Genau. Ansonsten weiß ich nicht, ich habe hier auf unserer Liste eine Serienempfehlung stehen, habe aber nichts aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt eine raushauen können, so aus der Hufte. Aus der Hufte. Also ist es so, dass wir jetzt halt wirklich es endlich schaffen, wir schaffen es, die Sopranos fertig zu schauen. Wir sind jetzt Mitte der sechsten Staffel oder so. Ja, so ein Viertel. Ja, so ein Viertel von der sechsten Staffel haben wir jetzt geschaut. Nee, die Hälfte. Die Hälfte? Ja. Okay, na gut, die Hälfte. Gut, also doch die Mitte. Ja, und wir haben natürlich sehr, sehr, sehr viele Serien die letzten Monate angeschaut. Ganz, wir können es vielleicht… Highlight? Highlight? Nur ein Highlight. Gurke? Eine Gurke? Nee, eine Empfehlung. Okay. Heißt ja, Serienempfehlung und jetzt Serienwarnung. Hab ich? Ja, was? Nee, also wie gesagt, Sopranos, wir sind immer lange, wir liegen immer diesen FOMO, Fear of Missing Out, wir wollen immer neue Sachen gucken und interessieren uns auch für viel und wollen uns aber jetzt auch mal so ein bisschen die… Also ich kenne halt Sopranos nicht in Gänze und deswegen wollte ich das lange mal nachholen. Zum Geburtstag habe ich von dir die Akte Xbox bekommen, die wollen wir nachholen. Und was haben wir denn so an neueren Serien gesehen, die uns von den Socken gehauen haben? The Watchmen war noch vor Corona, gell? Ja, das war noch vorher. Die haben wir schon lobgepriesen. Die haben wir schon lobgepriesen. Okay, dann… Oh ja, also was ich total toll fand und das war wirklich während Corona, das haben wir auf Sky, HBO geschaut und zwar The Outsider. Oh ja, The Outsider. Stephen King. Ja, Stephen King-Verfilmung auf Sky, die wir beide sehr, sehr, sehr gut fanden. Ja, das ist so meine Serienempfehlung, würde ich sagen. Also wenn ihr Sky-Ticket habt, guckt The Outsider. Im Übrigen noch als Nachtrag, die, die kein Sky haben und auch sich kein Sky klicken wollen, aber Bock auf Watchmen haben, ihr habt Glück, Watchmen gibt es jetzt zu kaufen. Outsider auch. Outsider gibt es auch zu kaufen? Ja, ist gleichzeitig rausgekommen. Dann würde ich euch empfehlen, also Watchmen ist für mich eine der besten Serien der letzten Jahre. Wir haben sie uns gekauft, obwohl wir sie gesehen haben. Ja, absolut. Und wir planen ein Rewatch zu gegebener Stunde, falls uns mal irgendwann die Serien ausgehen. Ja. Und ich gucke jetzt gerade nochmal so, also noch ein Highlight. Noch eins? Noch eins. Ja? Also Star Trek Discovery. Ja, zweite Staffel. Zweite Staffel, die war so richtig geil. Also die haben wir ja fast schon durchgebinged. Ja, weil, also die erste war so meh, hat mir so... Also erst gegen Ende so besser. Ja, wurde so gegen Ende besser und dann die zweite, wo dann die Enterprise mit Pike und Spock mit an Bord kommt. Ja. Da hat die richtig an Fahrt aufgenommen. Und noch eine. Noch eine. Und dann haben wir auf. Drei gleich, okay. Ja, Westworld, dritte Staffel. Ja, scheiden sich die Geister, habe ich gelesen. Uns gefühlt so gut. Wir waren da ja so ein bisschen angepisst, weil mitten unter der Ausstrahlung, die, ja, die haben sehr aufgehört zu synchronisieren. Ja. Und auch nicht mit Untertiteln oder so, was halt total nervig ist für uns. Also wir gucken schon hin und wieder englische Serien, aber dann gerne mit Untertiteln. Also zumindest englische Untertiteln. Ja, und da gab es halt gar nichts und da musste man halt jetzt warten, bis die durch die Corona-Krise ausgesetzte Synchronisationsarbeit wieder aufgenommen wurde und konnten sie dann fertig schauen, dritte Staffel. Nimmt halt eine ganz andere Richtung, als die erste Staffel zum Beispiel hatte. Das hat vielen gefallen, uns zum Beispiel, vielen aber auch nicht. Ja, also das muss man ganz, also es hat so Blade Runner-eske Züge angenommen, fand ich. Nicht ganz so dystopisch, aber ich mochte die. Total, also auch vom Setting her so total geil. Okay, und dann bin ich ruhig. Gut. Was? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Verabschiedung. Wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann wie immer seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Er kann diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf Apple Podcasts oder Panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exclamatio.de Dann, ihr Mäuse, wir sehen uns. Wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. In circa zwei Wochen wieder und dann werden wir euch über Tenet berichten. Und Corona-Hygienemaßnahmen in einem Kinosaal. Genau, und wie sich das so anfühlt. Bis dahin, bleibt gesund. Genau, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.